Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Schnubbys Playground zu Let's Play Lego, der Hobbit. Ich hab einen Hut freigeschaltet, oh mein Gott! Ich wusste gar nicht, dass es hier noch Kleidungsstücke gibt, die man freistellen kann, aber okay. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo der erste Film aufhört und wo der zweite anfing. Und wie ich wieder da bin. Und das obwohl ihr mich die ganze Zeit gar nicht haben wollt. Banzai! War ihnen etwas aus dem Orgreich gefolgt? Oder lauerte hier eine andere, noch größere Gefahr? Ruff. Yay, Post! Ja, auf ihn haben wir denn da. Ha, die Hand. Wie die Hand immer im Bild umspringt, sobald er da ist. Und oh, er hat Rudolf the Red Nose Wolf. Nimm die Wurst mit. Mein Gott, die haben die Wurst vergessen. Ich raff hier gar nicht so richtig teilweise, wo ich überhaupt bin. Aber ist schon okay. Okay. Aber das hier müsste noch zum ersten Film sein eigentlich, wenn ich mich schrächt entsinne. Aber egal, erstmal ein bisschen was kaputt machen hier. ーヒ�- Ä-äh! Oh. Und damit kann ich jetzt fliegen fangen, oder was? Oh. Was soll ich denn mit diesem komischen Casher hier bitte anstellen Hat der die Schaufel? Nicht so wirklich Ach, doch hier Ja. 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 Hoppselaam. Ja. Oiii. hallo keine ahnung was der da alles rausholt vielleicht ist dafür der cacher um items aus irgendwelchen sachen heraus zu fischen hier so ressourcen wenn ich die nötigkeit zerstören kann dass ich da trotzdem ressourcen bekomme mehr 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 das war's dann wohl ja ja Okay, da brauche ich wohl diesen Gabagandalf, den 2.0 Wie hieß er nochmal? Ja, den anderen Zauberer halt Jawohl, so Wow Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Er hat aber auch keinen Stab, oder? Oh fuck Da ich miteinander nicht raufkommen muss er aber einen Stab haben Oder so Achso Schmeiß Volltreffer Achtung Granate Wo kommst du denn da rein? Gib mir die Adler Gib mir die Adler Bäm Fang mal Voll am feiern Knack Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Erstmal den Hut richten Ist auch wichtig Ah pfjoh Ah pfjoh Ah pfjoh Tonk 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 Ey, der Jüde. Facke. Keine Ahnung. So, dann kommen wir jetzt hier hoch. Da kann ich nicht durch. Ach, ich muss einfach warten, bis er runterkommt. Auch eine Möglichkeit. Oh, fuck. Yay, yay, fire up. Party hard oben. Also, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen größere Vögel auert. Ach, das ist ja erstmal dieser Schmetterling oder so. Goody doodoo. Goody doodoo. Fack da, hier komme ich. Platz da, Platz da. Reißt sie in gar nichts hier. Ich reiße. Da habe ich zu. Ja, oh, hau erst mal so einen Wolf einen in die Fresse. Passt schon. Huui. Huui. Da wird ein Diabomb einiges kleiner. Das sind ja noch relativ normale Adler dort. Am Kopf packen passiert schon nichts. Die Adler dort haben ja gerade mal die Größe von Zwergen. Die sind jetzt zwar trotzdem noch groß, aber im Vergleich zum Film ist das ja minimal. Aber fast recht gut. Ich habe jetzt innerhalb von einer Folge ein ganzes Level gemacht. Dementsprechend beende ich jetzt die Folge auch. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dann und bye bye.